Eine helle Map. Das ist doch gut für sie, eine helle Map. Ja. Schlecht für mich, ich hab Brot an. Schlecht für uns. Ich weiß. Aber sie hat einen komplett neuen Killer. Oh Gott. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hab bestimmt immer mit diesem Killer gespielt. Okay. Einmal hab ich nichts gemacht und einmal einen 4K. Auch nicht die alte Gurke. Ich weiß es. Ich auch. Leider. Huntress? Nee, eine Nurse, würde ich sagen. Oh Gott. Ja, Nurse. Die ist schwer. Ja. Ist sie? Also ich find sie schwer zum Spielen. Einmal porten, bitte. Jetzt. Oh. Ja. War schon nicht schlecht. Da gibt's Schlimmeres. Du hast Pobokrapschen. Ähm. Ich hab Pobokrapschen gelesen. Sorry, Biggie. Was hat sie gelesen? Oh Gott. Ich hab Pobokrapschen gelesen und hab mich abgelegen und knallen lassen. Ähm. Äh. Äh. Jetzt wo ich's mir so überlege. Eigentlich hätte ich sich in den Keller schleppen müssen und dort eigentlich morilen sollen. Mhm. Mhm. Das wär so ein richtig krasser Abgang. Mhm. Aber du hattest Wildpferd dabei. Da ging es nicht. Das hättest du locker geschafft. Nee, nee. Du wärst mir dann wieder entkommen. Nee, nee. Das hättest du locker geschafft tatsächlich. Äh. Hab ich aber nicht gemacht. Kann. Hm. Hm. Nö. Ein Sahnekasten. Hab ich doch schon dabei. Ja, ein bisschen früh. Ja. Andersrum. Ich geh da mal. Tschüss. Ich hab dir gesagt, andersrum. Hör doch mal. Nee, ich will ja nicht hören. Ich will ja testen. Aber sie ist halt enorm langsam. Hallo, Anuel. Gesundheit. Was? Anuel? Das ist, ich hab keinen Schlafanzug an, ja? Das ist, das ist, ich hab keinen Schlafanzug an, ja? Ach, Anuel. Ach, Anuel. Ja. Ja. Das tut doch nicht Not, ja? Und mach... Bäh. Ich bin jetzt da wieder reingerannt. Bäh. 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 ich gehe auch mal wieder die ist in der nähe das ist quatsch ja auch an gar nicht nicht den hauen ja ja doch mach es anka ach nee du hast du dich von der mori eigentlich erholt du kannst doch aber anorell verraten wo er ist und dann so kam 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 wir können drüber reden wir können drüber reden wir können drüber reden liebes nein so nicht aber ich finde es respekt dass wir die kann nicht so viel weil die ist auch schwer für mich ja ich konnte die spiel aber die genutzt worden ist und seitdem kann ich die nicht mehr spielen weil du die nicht mehr geworden kannst schwierig seitdem geht sie lasst mich nicht fertig machen was denn sie ist doch bei mir nein sie kommt wieder zurück also wenn sie es mir hinter mir her erzähl mir doch nichts fix jetzt bekommt sie kommt doch wieder zu mir kruzifix so ein ja weil sie mich verloren hat ich bin einmal am stein umgelaufen anka oh shit oh 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 Der Hagen macht dich noch hübscher. Ach hallo, wer kommt denn da so langsam? Der macht mich hübscher. Du meinst das nette Piercing, ja? Ja, ja, ja. Ja, warte, Anorell. Piercing sind immer schön. Warte. Wenn ich wieder Killer bin, dann nehme ich ihn an. Glaub mal. Wen nimmst du denn? Sag ich nicht. Wurde er auch den Geist mit den Raster locken. Ah, ah. Nein. Ah, ah. Ach so, ich habe ja Dings. Hat die sich einfach versteckt? Ist das dein Ernst? Ja. Scheiße, das war zu kurz. Wie weit? Anka, du weißt auch, in der Kürze liegt die Würze, ne? Ja, aber das war zu kurz, wenn ich gegen ein Dingsporte... Uh. Was ist denn da passiert? Wo bist du denn jetzt? Hallo? Komplett fehlgeportet. Ich sehe das. Das muss noch mal. Uh. Alles gut. Ich glaube, wir beide gehen ja mal zum Ausgang, ne? Komm mal mit. Was tust du da? Hast du Langeweile, Anorell? Mhm. Das ist brech. Oh, jetzt wird geleuchtet. Das ist brech. Anorell. Oh, eigentlich hätte man ihn blocken müssen, ne? Für das... Ist so. Wow, danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. 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 Hexen. Hilfe! Ähm. Was? Hexen? Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Oh Gott. Ähm. Oh Gott. Bis Klasse Zier凍 Bis holidays.